Was ist eine Uraufführung im Westfälischen Landestheater? Das ist auch richtig, denn es muss leider auch immer wieder darauf hingewiesen werden, welch wichtige Funktion Kunst und Kultur für das Funktionieren unserer Gesellschaft, für unser Dasein und für unser seelisches Wohlbefinden hat. Oft ist es so, dass Produktion, ich konzentriere mich jetzt mal aufs Theater, uns auf bestimmte Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aufmerksam machen. Manchmal sensibilisiert uns das auf etwas, auf dem wir vorher nicht unbedingt einen Fokus hatten. Manchmal ist es aber auch so, dass wir eine Auseinandersetzung erleben, deren Umfang und Tragweite uns vielleicht gar nicht bewusst war, weil es anscheinend in unserem direkten Alltag nicht unbedingt im Fokus steht. Es kann sein, dass das für die Produktion dunkler Mächte gilt, die sie gleich oder bald zu sehen bekommen werden. Ich befürchte, dass die hier behandelten Themen für unsere aktuelle Zeit so wichtig sind, dass wir alle uns dem stellen und uns dem entgegenstellen müssen. Vorab möchte ich kurz auf einen sprachlichen Aspekt eingehen, der wichtig ist und uns zeigt, wie entscheidend ein sensibler Umgang mit Sprache ist. Es ist so, dass nach wie vor üblicherweise der Begriff Verschwörungstheorie üblicherweise verwendet wird. Das ist deswegen schwierig, weil die Begrifflichkeit Theorie suggeriert, dass es für etwas wissenschaftliche Erkenntnisse beziehungsweise Grundlagen gibt. Jetzt kann man sagen, dass das vielleicht nicht so wichtig ist und man nicht so kleinlich sein sollte. Aber am Anfang des Stückes gleich hören Sie einige Zitate, die auf Demonstrationen und in Chats im Internet beziehungsweise in den sozialen Medien verwendet werden. Es gibt weit verbreitete Behauptungen, dass eine sogenannte Elite der Reichen in unterirdischen Lagern Kinder gefangen hält, sie foltert, tötet, um aus ihrem Blut ein Präparat zu kreieren, mit dem sie sich verjüngen können. Es gibt weit verbreitete Behauptungen, dass eine sogenannte Elite der Reichen in unterirdischen Lagern Kinder gefangen hält, sie foltert, tötet, um aus ihrem Blut ein Präparat zu kreieren, mit dem sie sich verjüngen können. Es gibt Behauptungen, dass mit den Corona-Impfstoffen Substanzen in den Körper geschleust werden, die die Menschen töten sollen, um das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren. Dafür gibt es keine Grundlagen, schon gar keine wissenschaftlichen. Dementsprechend kann es auch keine Theorien geben. Und deswegen ist es sinnvoller und viel angebrachter, von Verschwörungsmythen beziehungsweise Verschwörungsgläubigen zu reden. Natürlich kann man diese Geschichten als lächerlich abtun und sich darüber hinwegsetzen. Es wäre schön, wenn es so leicht wäre. Aber diejenigen, die diese Thesen verfolgen, sind oft genug Querdenker und Impfverweigerer. Sie radikalisieren sich auf eine Weise, die nicht nur Auswirkungen auf uns alle hat, sondern die auch das Leben von Menschen gefährdet. Und dann muss man auch hinzufügen, dass im Denken von Verschwörungsgläubigen der Antisemitismus ein sehr zentraler Aspekt ist. Ich habe versucht, um die Gefährlichkeit der Situation deutlich zu machen, in den zwei Wochen vor unserer Premiere jeden Tag eine Meldung rauszusuchen, die mit unserer Thematik zu tun hat. Ich habe das dann aufgegeben, weil es einfach zu viele waren. Aber hier sind ein paar. Am 4. Dezember 2021 versammelt sich in der Nacht zum 4. Dezember eine Gruppe von ca. 30 Menschen mit Fackeln vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin. Sie skandieren unter anderem Friede, Freiheit, keine Diktatur. Und sie bauen ein Einschüchterungsszenarium auf, das von zahlreichen PolitikerInnen als Faschistoid bewertet wurde. 5. Dezember 2021 Auf einem Weihnachtsmarkt in Luxemburg durchbrechen sogenannte Gegner der Corona-Maßnahmen Absperrungen und verschaffen sich gewaltsam Zutritt auf das Gelände. Es gibt Verletzte. 6. Zwölfter Durch die Nachrichten geht eine Meldung, dass ein Mann am Wochenende seine Frau, seine drei Kinder und dann sich selbst getötet hat. Anscheinend hatte er Sorge, dass ihnen aufgrund eines gefälschten Impfpasses die Kinder weggenommen werden könnten. Es stellt sich heraus, dass der Mann rechtsextremen Kreisen nahe stand. Es finden fast täglich überall in Deutschland illegale Aufmärsche statt. Kaum jemand trägt eine Maske. Es wird gegen Corona-Maßnahmen demonstriert, wobei in vielen Städten Neonazis die Versammlungen für sich nutzen, um zu hetzen, von einem Umsturz zu fantasieren. Immer häufiger wird dabei deutlich, wie groß die Gewaltbereitschaft dieser Menschen ist. Vereint werden all diese Ereignisse von sogenannten Verurteilungen aus der Politik, die keinerlei Wirkung haben. Das ist sehr besorgniserregend, weil es dazu führt, dass das Misstrauen politischen Institutionen gegenüber weiter nachlässt. Auch von Seiten der Polizei passiert in aller Regel nichts. Den Menschen wird ihre zunehmende Radikalisierung gewährt. Teilweise bekommt man den Eindruck, dass das bewusste Vorgänge sind. Wie stark all dies auch von Antisemitismus geprägt ist, zeigt unsere Produktion. Die Autorin Sineb El-Masra ist eine absolute Expertin auf dem Gebiet. Die Deutsch-Marokkanerin arbeitet nach einer kaufmännischen und pädagogischen Ausbildung, unter anderem in Grundschulen, in der Marktforschung und als freie Autorin. 2006 gründet sie das erste multikulturelle Frauenmagazin Gazelle. 2010 erscheint im Eichborn Verlag ihr Sachbuch Muslim Girls – Wer wir sind, wie wir leben. 2016 erscheint das Buch Emanzipation im Islam. 2018 Muslim Men. Als Publizistin, Autorin für Funk und Fernsehen, lebt und arbeitet sie heute in Berlin. Sie war von 2010 bis 2013 Teilnehmerin der Deutschen Islamkonferenz. Seit 2013 ist sie Jurorin für den Europäischen Medienpreis Zivis. Dunkle Mächte ist ihr erstes Theaterstück. Die Auftragsarbeit können wir in Zusammenarbeit mit der Auslandsgesellschaft Dortmund durch die Förderung der Landeszentrale für politische Bildung, NRW, realisieren. Ihren Ursprung für unsere heutige Zeit fand dieser Einfluss während der faschistischen Jahre in Italien und Deutschland, als sich diese Regimes den Widerstand gegen die kolonialistischen Herrscher zu eigen machten und sich mit den Bevölkerungen der Länder solidarisierten. Die arabischen Cafés wurden mit Radios beliefert, die so eingestellt waren, dass zum Beispiel nur italienische Sender empfangen werden konnten. Diese prägten dann die Wahrnehmungen und Einstellungen weiter Teile der Bevölkerung. Das erklärt nicht komplett antisemitisches Denken in muslimischen Communities und entschuldigt schon gar nichts. Unser Stück zeigt aber beispielhaft, wie gesellschaftliches Denken mit Hilfe der Nutzung von Medien geprägt werden kann und wie gefährlich das ist. Die Parallelen sind offensichtlich. Was in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die Radios waren, die dazu dienten, breite Teile der Bevölkerung zu manipulieren, sind heute Social-Media-Dienste und sogenannte alternative Medien. Mit ihnen wird Einfluss genommen auf insbesondere die Teile der Bevölkerung, die Schwierigkeiten haben, mit der rasenden Dynamik technischer und gesellschaftlicher Prozesse mitzuhalten, die verunsichert sind, die sich abgehängt fühlen. Sie öffnen sich verschwörungsmythischen Erzählungen, weil das Gefühl entsteht, einfache Erklärungen zu bekommen. Es ist einfacher, sich Leitfiguren zuzuwenden und an eine Elite zu glauben, die alles steuert, die für alles Schlimme, was einem passiert, verantwortlich ist, als sich selbst den Herausforderungen zu stellen und als Teil der Gesellschaft die Zukunft positiv mitzugestalten. Angela Merkel hat im Dezember 2020 Verschwörungsmythen als einen Angriff auf unsere ganze Lebensweise bezeichnet. In ihrer Rede beim großen Zapfenstreich im November 2021 sagte sie, dass überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnisse geleugnet werden, Verschwörungsmythen und Hetze verbreitet würden, Widerspruch laut werden muss. Dieser Appell wird mit jedem Tag dringlicher. herzlichen ! Vielen Dank.